Hallo und herzlich willkommen bei YouTube bei einer weiteren Folge des The Forest. Wir sind ja noch hier in der Höhle. Wir hören sie schon, aber wir sehen sie leider nicht. Oder sind sie doch schon in der Superfälle. Ja genau, klappt euch mal gegenseitig hier. Irgendwie ist mein Rückweg gerade ein bisschen verschwert. Genau, schlagt euch mal gegenseitig hier. Ja, perfekt. War nicht einfach und ich habe meine, ja fast meine komplette Rüstung verloren. Also, was Stoff angeht, haben sie hier richtig viel. Oh nein. Ja, so. Ein paar Päckchen Pillen wieder. Oh wei, hier geht's noch weiter runter. Das Problem ist, eine ganz andere Sache, ich habe meinen ganzen Schutz verloren. Wie viele Stöcke haben wir denn? Wir haben so und so viele Stöcke, was können wir denn machen? Schauen wir doch mal in unser schlaues Büchlein. Zwei Basic-Feuer. Joa, eigentlich müsste das doch reichen, oder? Dann können wir uns die nämlich verbrennen, unsere Kollegen hier. Na komm her, ich hole euch auch. Dann kann ich nämlich ein bisschen was wieder herstellen. So. Tritra tralala, ich mach mir ein Feuerchen hier. Bisschen anfachen. Wir brauchen's ja, ne? So. So. Schon mal Nummer eins. Nummer zwei. Oh, Knochenrüstung hatten wir gar nicht mehr. Boah, da hatten wir aber Glück, dass wir die jetzt hatten, ja. Drei Mal Knochenrüstung, gut. Ja. Ein bisschen aufgefüllt habe ich mich. Ein bisschen was trinken. Joa, noch Pillen haben wir ja wieder voll. Ja, wo wollen wir hin? Dann gehen wir hier weiter runter, oder? Weißt du noch nicht, wohin das führt? Ich hoffe, wir kriegen am Ende irgendwas. Wäre natürlich schön. Lange, lange ist es her, ich weiß nämlich gar nicht mehr. Ach du Weier, es geht noch weiter. Bisschen Energie nochmal. Bisschen Energie. Bisschen Energie. Ja, cool. Wir haben die Tauchausrüstung. Ähm, nice. Ja, das ist... Schön. Dankeschön, Mister. Mal gucken, wo wir hinkommen. Oh, da sind die B.B.S. Boah, Alter. Boah. Diese Killer-Babys. Da ist nichts. Hier sind Getränke dran. Immerhin wieder vier Stück. Ist doch nicht schlecht. Alkohol könnten wir mal wieder gebrauchen, ne? Mehr ist hier nicht. Okay. Geht's erstmal weiter. Eine Rüstung haben sie uns wieder abgezogen, die Babys. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt müssen wir wohl mal ein kurzes kleines Feuerchen machen Gut, das Teuerchen Bleibt doch hoffentlich hier auf Okay Ja Warte, willst du mir was zeigen? Da kommen wir hin Gut, das sind ja so leere Kisten Wer meint noch ein paar Sodas hier Ein paar Steine dafür Oh Ja, jetzt haben wir auch schon mal Benzinkennissen hier Muschi Klaus, ein Bild Yeah, wir haben eine bessere Axt Cool Bisschen Alkohol Yeah, nice Was haben wir hier? Die Holy Bill Ist doch dasselbe Jetzt guckt er sich alles an hier Da würde ich sagen Eine trinken Dann haben wir zumindest 10 Ja, cool Dann haben wir das auch wieder von Ja, nice Ja, nice Jetzt haben wir wenigstens schon mal Blocken Ist die auf jeden Fall richtig gut Damage auch ein bisschen mehr Speed ist natürlich dafür ein bisschen langsamer Aber das macht nichts Dafür mehr Damage und mehr Blocken Gut Die Seile nehmen wir auch mit Aber wir lassen uns auch schon mal Seile Ja, cool Müssen wir wahrscheinlich hier wieder tauchen Oder? Das ist sicht natürlich ein bisschen besser wäre so eine lampe bräuchte man ja cool jetzt haben wir wenigstens schon mal die eine axt das ist doch schon mal schön langsam wird uns kalt weil wir müssen noch weiter jetzt haben wir auf jeden fall der taucheranzug das schon mal cool ganz neues Ach, hier sind wir. Ja cool, wir haben ja ein schönes Stück wieder zurückgelegt. Da muss ich sagen, könnten wir rein theoretisch nach Hause. Ja, jetzt haben wir, also wenn wir jetzt schon hier langlaufen. Und das lag da gerade, dann können wir das auch mitnehmen, ne? Würde ich sagen... Boah, ich dachte da wäre einer. Ja, jetzt zeichnen wir nochmal ein Schränkchen an, würde ich sagen. Bevor es noch zu spät wird, gehen wir hier pennen. Jo. Pass. Was mir einfällt, wir haben schon länger nicht mehr gesaved. Kann ich sagen, kommt da jetzt zu Schrank Nummer 2. Erstmal safen hier drin. So, trinken wir mal was. Ach, Essen brauchen wir ja, haben wir ja. So, cool. Ja. Ah, da hinten. Kurz noch da. Würde ich sagen, oder? Zweiten Schrank. Schrank. Wo war das? War das nicht hier? Ja. Small, Large. Ja, cool. Dann kommt da nämlich noch ein Schrank hin. Ja, ist doch schon mal perfekt. Ja, besser so. Denn dann können wir da nämlich nochmal dasselbe machen wie hier. Und dann haben wir hier richtig viel Stuff drin. Vorhin zwei Schränke sehen natürlich ein bisschen schön aus. Ein Baumstamm war jetzt noch da hinten. Oh, 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 oh. Haben die denn hier schon wieder? Muschi Klaus ist aber ganz schön und Speed, du. weißen. Ich weiß nicht, warum. Oh. 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 Oh, Thrombosen, Jonas. Oh. ganz schön viele mutanten jetzt gerade hier oder rennt ja schön jetzt haben wir natürlich nicht so prickelnd blätter erstmal die zwei retten meinheits aufgehört zu regnen gloppel 1 kommt auch gott alle drei waren setzt hier wollen die hier sind viel zu dicht viel zu dicht ja ja hier oben müssen uns noch was überlegen was hier noch reinkommt oder hier ist jetzt nur das bettchen ok auf jeden fall von jetzt verstehe ich nicht warum ich blut habe gar nichts gemacht das bettchen ist hier wir haben ist ja was wir speichern einmal das mal ein bisschen besser das bettchen hier ja gut man könnte auch rüstungs ständer noch hinpacken oder gehen sie trombi und alle drei zusammen alle drei und noch ein anderer noch welche so wenn das mal kein super team da unten hast du dagegen hätte ich nur chance wenn man sie von hier oben beobachten kann ein baby ist auch da heide witzke ne ich bin hier safe drin das ist ja schon mal ganz gut denke ich mal dafür waren es vier vier stücke brauchen wir noch vier also ein baum stammt eigentlich ein baum misst der wohl cool man kann so verbrennen speed jetzt haben wir wenigstens eine etwas bessere axt was gibt denn noch eine andere besser die als gar keine das ist gar keine moin joa alles gut ja hat er jetzt ein bisschen weniger gemacht das macht ja nichts wenn soll ja auch nur sein wenn einer bock hat zuzugucken für mehr soll es ja eigentlich nicht sein da brauchen wir mehr ausdauer die verbraucht mehr und wie geht's dir ein bisschen schlamm drüber das war ein fünfer baum können die kürze auch mal ablegen hier kurz waschen aber wenn es uns das blut weg erstmal bist du schon wieder beim baum stimmen hole ich mir noch was ist denn der andere wollen wir uns noch fünf okay egal wir haben was wir brauchen dann mache ich auch gleich mal ein steinlager ja sauber machen wir wieder dasselbe auch wieder wieder so perfekt sieht auch cool aus machen wir zumindest zwei regale komplett voll wir haben stuff dafür und sieht schick aus so hier würde ich ja vielleicht ein rüstungsständer wobei hier sind ein paar tierköpfe eigentlich drin oder hier außen können wir auch mal wieder auffüllen haben wir das dann letztens wieder aufgefüllt so jetzt war ich ja einmal schon mal weiter da hinten wir haben jetzt noch ein bisschen mehr dann nehme ich mal eins reicht ein stück fleisch ich glaube schon na die munition haben wir heute gern ja das reicht da haben wir auch wieder ein bisschen was da haben wir auch wieder ein bisschen was na Fäckerchen jetzt würde ich sagen gehen wir mal in die Richtung da sind hab ich die wieder weg gehabt ach ja ich hab die ja vorhin bei dem Tor abgelegt stimmt ja 20 Stücke haben wir ja noch machen wir uns mal hier auf den Weg ganz kurz na ja das heldet 1 1 Das ist wirklich krass. Gibt es hier nicht auch irgendwo eine Höhle? Dann mal gucken, was es da so gibt. Gab es hier nicht irgendwo eine? Suchen wir mal ein paar Blümchen mit, können wir ja auch schnabulieren. Ist hier denn keine Höhle? Hier vielleicht, oder? Oder auch nicht. Dann halt nicht, aber da rum ist doch irgendwas. Ei, 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 ei. Shit. Boah, das mich jetzt gerade erschreckt. Wollte ich eigentlich nur mir ein bisschen Fell holen. Kann ich froh sein, dass ich noch ein bisschen zeuge. Ja, wenn wir jetzt schon so an Fell kommen, ne? Warum nehmen wir das doch gleich mal mit, das Fleisch? Da haben wir ein bisschen was. Das war das. Ne, bringt nur Fleisch. Gut. Cool. Das war ein bisschen knapp. Ich weiß zwar nicht gerade, wo wir hier langlaufen, in der Hoffnung irgendwann mal eine Höhle zu kriegen. Ah, okay. Warte mal. Warte mal, wo ist denn das Haus? Da hinten. Wollen wir mal in die Richtung. Schneegebiet kommen wir schon. Will ich eigentlich nicht hin. Aber es frohlockt mich hier gerade. Aber wenigstens fünf. Gehen wir hier wieder schnell weg. Jetzt haben wir immerhin schon mal wieder fünf Stück. Was können wir denn alles... Brauchen zwei Wildschweine noch. Können wir da was machen. Das wäre weg. Okay. Wir sind ja eigentlich hier in dem Schneegebiet, ne? Glaube ich zumindest. Ah, es sieht schon cool aus, aber... Ach Gott, ey. Ich bin mir jetzt so unsicher, wo ich hin kann. Dann gehen wir mal hier oben kurz gucken, ob wir einen Wildschwein finden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall ein Zelt. Aber sonst ist ja nichts. Ja, bleib stehen. Yeah. Unser erstes Wildschwein. Da ist noch eins. Nein, 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 bleib hier. Yo. Oh. 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 Na ja, gut. Brauchten wir jetzt zwar nicht unbedingt, ne, aber... Boah, sechs Stück brauchen wir davon. Ein Hasen. Waschbär. Vier. Ach du weih, 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 weih. Da brauchen wir ja noch einige Fälle. Aber dann wäre uns auf jeden Fall nicht mehr kalt. Oh, da kann man doch mehr als sieben fällen. Da hinten laufen sie schon wieder. Das ist immer ein Schokorie, reicht doch. Oh, blätter. Kommen wir mal hier. Und so, zu Hause sitzt, glaube ich, ein Stückchen weit weg. Okay. Gab's doch auch irgendwas hier oben, oder nicht? Na, guck mal her. Wenn du jetzt schon hier bist. Oh, oh. Oh, nein. 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 Oh, Gott. Auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja. Tschüss.